An der Mittelmeerküste ist ein türkisches Fischerboot nach einem Zusammenprall mit einem griechischen Tanker gekentert. Vier Menschen an Bord starben, eine Person wird noch vermisst. Mehrere Boote der türkischen Küstenwache sind mit einem Taucherteam im Einsatz. Das Boot war am frühen Morgen mit dem unter griechischer Flagge fahrenden Tanker zusammengestoßen. Wie es zum Unglück kam, ist noch unklar. Das Boot war.